Rote Rosen Vorschau Folge 3827 Henne soll einen Platz in der Freien Forstschule bekommen. Doch in Three Kings trifft Jorik auf einen Gast, der für die Vergabe dieser Stühle verantwortlich ist. Amelie hat eine Idee, um Hennes Chancen zu verbessern, sie gibt sich als Gunters Tochter aus, die vom Besucher bewundert wird. Als Gunter zweifellos früher als erwartet von seiner Reise zurückkommt, stellt Amelie in ihrem Gast vor, der ihr Vater ist. Gunter konnte nicht anders, als verwirrt zu sein. Will Carla dennoch vor Malta beschützen. Aber Carla findet das übertrieben. Eine weitere Provokation aus Malta läuft auf den Streit hinaus. Simon schlichtet einen Streit darüber, welchen Wein Annette getrunken hat. Carla erkennt, dass sie Vorurteile gegenüber Annette hat und entschuldigt sich bei ihr. Aus Respekt konnte Delay ihrer Großmutter Jeddah wegen ihrer Antirassismus-Kampagne nicht widersprechen. Nur die beiden Kassandra-Steern-Konzertkarten, der Simon bekam, konnten Delay und Simon versöhnen. Was Simon nicht verstand. Gemeinsam versuchen sie, Jeddah von einer alternativen Kampagne zu überzeugen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017